k Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Wolfenstein der Oldblatt mit mir dem Robb und wir sind hier angekommen bei einer wunderschönen elektrischen Tür und das hier haben wir zum Schluss gemacht da könnt ihr ja nochmal in den anderen Video reinschauen und da werden wir jetzt mal weiter machen die Pumpe gehen runter jetzt kann man öffnen oder was? Ne, wir gehen das hier hallo ah die Pumpe ging noch nicht an, man muss festhalten ah und ok jetzt ist grün jetzt kann ich's aufhebeln und man auf die Tür wonach buddelst du hier Helga? Helga buddelt noch Schmuck komm mal da geiler oh wir werden mal sneaky vorgehen ein bisschen oh hmm ah zweimal reagiert zu Punkt Punkt mh mh ok so wo sind wir denn hier? hier muss ich bestimmt aufpassen alter, er sieht da oh ne, ich höre auch nöö ich höre schon wieder so'n Scheiß, äh, was weiß ich wie das heißt, hier so'ne mechanische Maschine nehm mal alles nehm mal alles oh, die muss ich da wieder da kann ich gleich und dafür habe ich natürlich keine Manition, das ist super bleib stehen wohne, wohne, wohne du Wichser Scheiße, er hat mich voll verraten, der Sack, was mach'n jetzt ich versteck mich jetzt mal uch, alter, er rattert aber auch gleich auf mich los und er hat mich verkackern und er hat mich verkackern komm dreht sich um du toll toll das habe ich jetzt ge- ey, es argh das habe ich nur dem Assi da zu verdrungen, juhu Paner ah, gut, er hat mich einmal geschossen halt, da war noch was ah, hier haben wir nochmal 1c reagiert zu nichts und Punkt alles klar gehen wir lieber da wir gucken erstmal hier aha super, Beton alles klar ok ok so, jetzt gehen wir mal an hier in die gute Stube auf geht's was soll dieser Wahnsinn du bist wie ein blinder Wurm, der sich immer tiefer in die Erde frisst tiefer und tiefer in ihre verrotteten Eingeweide in die dunklen Orte, die besser vergessen bleiben sollten oh oh scheiße alter leck mich da am Arsch oh 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 glaub oh no wache weg die Scheiße, wir nehmen das Ding hier pagan sp ich wollte eigentlich erst mal looten aber ja lecker alter lecker naja jetzt hat er es mit der beschäftigt scheint es aus der Klage aber verstrahlt verstrahlter Code Granate kann man nie genug haben wie du nimmst neue Positionen ein spinnst du oder was er schlägt wieder Alarm an wir gehen mal hier lang 205 Schuss haben wir noch rein kommen nicht wahrscheinlich so wie es aussieht oder nein irgendwo muss doch der Assi noch umhocken wir hätten noch ein Teil angehen können alles klar das habt ihr mir ein bisschen zu spät gesagt wieder runter ach jetzt kommt ah guck mal wenn wir hier haben erstmal nachschaffen alles klar könnt ihr wieder lesen wie immer Standard ok das war ja easy ja da bin ich und da bin ich schon weg du sollst doch nicht immer in Flamme aufgehen wegen mir das sagen wir hab ich euch was gesagt ja nicht schießen don't shoot baby was schießt denn jetzt immer na sag mal in den Rücken macht Mauer nicht mein Freund Alter überall liegen die Leichen Leichen hin so gehen wir da lang oder ach wir gucken erstmal hier was ist hier noch so schön es gibt hm gut wir gucken doch erstmal hier halt da war das nehmen wir mal mit so was geht hier ab oder suchst du hm nach einem Schalter der die Tür öffnet den ich gerade gefunden habe jetzt kann ich natürlich die Knochen wieder nicht mitnehmen das geht nur weg um das geht hin 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 glaube ich es macht weiter noch um das überhaupt mal einmal liest ich habe keine ahnung wo ist denn hier noch einen schöner ein saften und jammern noch mal blablabla und lasst mir rausgucken was geht denn hier unten ab ach da unten sind seine ja da können wir noch mal snippern einmal zweimal dreimal ja nicht so wackeln bitte ja danke na ja jetzt war weggepackt ich hoffe ich habe nicht im falschen erschossen jetzt können wir mal runter aber wir könnten nochmal wir nehmen mal hier die also wenn sie will kuckuck geil der war geil so mal runtergehen das kommt hoch cool ne da gucken wir doch erstmal hier geht es nicht lang und hier geht es einfach nur runter oder was na gut das haben wir jetzt glaube ich ausgelassen genau oh scheiße jetzt komme ich dann nicht mehr dann soll ich schon mal an dieser stelle falls ich da jetzt was übersehen hätte der lebt doch immer noch er hat eine ganze granate überlebt oder was wollte mich verarschen noch einmal und sagen wir konnten überall da drinnen naja Junge bleib mal reinputzen naja ich seh dich auch mal freuen kein Panik keine Panik und hier habt ihr noch mal was schönes easy noch irgendjemand du bleibst da unten geh wieder zurück genau da ist da noch einer alter man kann alter sie wollen alle irgendwie nur töten 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 naja macht was doch ab brauchen wir nicht scheiß drauf ne ohne wurde 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 ne schön kann man dann jetzt vielleicht sind wir da gerade hergekommen Na, nicht so rumschleichen hier. Ist ja noch zu Tode erschreckend. Ja, halt da mal noch. Genau, nehmen wir schön mit. So, mal runtergucken. Du sollst doch nicht immer so hächeln, Mensch. Und du sollst die Waffe nicht auspacken, mein Freund. Das war jetzt knabbi. Du, jetzt ist der da runtergefallen. Ich glaube, Spinner. So. 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 Wer geht voraus? Ich werde jetzt mal dieses Knöpfchen drücken und gucken was passiert. Alles easy? Ach übrigens sind wir doch wieder da. Alles klar, ich bin richtig gelaufen. Weißt du was dich dort erwartet, Helfer? Scheiße, Alter. Was geht denn jetzt ab? Ach ne, gell? Alter, was geht denn jetzt ab? Was da lang? Fick dich! Noch einer! Toil, ist vorgelaufen, Anna was? Ey! Ich schon mal! Huh! Hier geht's ja gut schön ab, aber... Ja, gleich mal den Weg freischießen hier. Machen wir mal Runden laut. Bis die Tür mal endlich auf ist, oder was? Ah, fickt euch hier! Na, na... Alter! Lass mich durch! Alter! Sag mal, hast du die noch alle, oder was? Was? Alter! Die Tür könnte man ein bisschen hin machen. Gehen wir mal da rum wieder. Du sollst mich doch nicht immer so anfallen. Nein, die falschen Waffen, ja, die nicht mehr. Oh! Alter, wie sieht's aus live? Scheiße! Oh! 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 Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch! Meinst du die scheiß Tür auf, Alter? Mann, der braucht ja Ewigkeiten. Der will ja drüber übernehmen. Alter! Na, endlich. Ein Zettel. Ein Zettel. Ich hoffe, ich hab nichts vergessen. So! Wo sind wir denn jetzt? Oh! Mein Opa! Sie können Ihre Finger nicht vom Feuer lassen, hm? Aber... Diesmal verbrennen Sie da ran! Alter! Ha! Sie sind dieser Drecksamerikaner, oder? Der meinen Eger Rudi getötet hat, hm? Ich muss sagen, Sie sind ganz schön zäh. Was haben wir denn da? Hm. Ha! Ja, das hätte uns etwas Zeit erspart! Ich fange! Ich verstehe diese Symbole nicht! Oh, Fortuna, so merkwürdig und unfeuerzehbar! Wie könnte sie... Uah! Ich fühle mich wieder wie ein kleines Kind, das im Wald nach Schätzen gräbt! In diesem Moment wird Geschichte geschrieben! Ich gehöre jetzt zu den größten Abenteurern dieser Welt! Für mich sind Sie nicht als ein Regimeschwein! Sehen Sie, Schreiner! Ja, aber es ändert nichts! Bisher konnten Sie weder mich noch General Strasser beeindrucken, Helga! Meine Güte, Schreiner, Sie sind ein solcher kohärenten Kacker! Ja, hier, sehen Sie! Der Code auf König Ottos Karte entspricht genau den Symbolen hier auf diesem Podest! Das ist die Kombination, Sie Idiot! Na, bitte! Ich kann mich nicht... Ich kann mich nicht befreien, aber auch jetzt bin ich befreit! Was geht denn jetzt, Helga? Alter! Oh, Gott gebührtet! Gott gebührtet! Vier Stille! Ja, macht's schweig, komm! Wer und ab! Ich kann mich nicht bewegen! Ah! Aber keine Angst, ich bin jetzt da! Und ich habe lecker, lecker Fleisch für dich! Ja, amerikanisches Fleisch! Gar kein Höre! Gar kein Höre! Gar kein Höre! Na bitte! Sehen Sie, Schreiner? Sehen Sie! So beherrscht man einen Monster! Ha! Wollen Sie es auch mal versuchen? Ha! Ha! Ne! Über nicht! Ha! Ich verstehe ja, ich bin beeindruckt! Aber warum hat König Otto dein schönes Gesicht vor der Welt versteckt? Egal! Zeit zum Fressen! Anabblicke! Ah! Oh! 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 Was warst du? Nein! Oh! Ah! Meine Güte! Ah! Klazi! Du bist doch nächster, Alba! Ah! 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 Alter, jetzt geht's ab! Fick dich! Oh! Jawoll! Ich... habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier machen soll! ich werde mal was größeres nehmen müssen hey mach mal den schnudorf oder schießt den jetzt genau ins maul mach die scheiße auf na komm schon ja er hat gesessen alter wollte mich schicken oder was schnell weg und dann noch eine wuch na guck 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 oh fuck daneben alter 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 ja und da unten am baby alter volle lüte gekriegt auch gesessen was ist los jetzt soll ich ja noch kämpfen klar alter ich bin doch gleich hinüber mensch da lädt ja nach wie ne oma ja klar gleich bin ich tot ich geh rum ich wechsle die position alter das ist schon auf den Stoff von der muss doch mal sterben vielleicht muss auf die Dinger erschießen dass der wieder daneben jetzt lädt er wieder nach ich krieg ich ein zu viel ja fickt euch ich muss bestimmt auf die Teile da schießen ich schwitze mit ihr was ist denn hier los alter 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 lad doch nicht immer so rum und er hat wieder auf die Stoff ich bin gleich hinüber ja so jetzt zielen und nachladen es gibt ne tisch Mensch wo waren das hier ja 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 danke ey ey fick dich jetzt alter lass mir noch aufschlafen oder was ich glaube ich spinne jetzt gibts auf die Schnauze meeeensch ich wisse nicht wie ich das viel besiegen soll hier keine ahnung das ist doch kacke alter alter muss ich erst die Dinger hinten wegschießen oder was dass der loskommt oder ich hab keine ahnung oder hab ich gesagt oder muss schon gleich alter haben wir nicht irgendwas anderes ich hab keine rüstung mehr ja ich bin gleich hinüber Alter uuuh hä alter nein du bimbo ich wisse nicht was ich machen soll ich hab keine ahnung was ist das denn wieder für ne kacke alter ja ja jetzt bin ich auch noch hallo äh fuck it fuck it find ich nicht scheiße ja das war nicht so geplant du wichser alter besiege das Monster ja schön wie denn bitteschön ey er schießt aber auch nur daneben ey er schießt aber auch nur daneben was denn das für Schlipper aber muss ich die Dinger loswerden dann muss ich in den Salmaus schießen ich hab keine ahnung hat er auf jeden Fall gesessen hat er auf jeden Fall gesessen wo ist die Verstärkung fick dich ah ist die Verstärkung komm macht smile off ey ey wilder mich fack ack ack fack ack fack ack fack ack uah alter alles da alter ich glaube ich spinne ich bin gleich wieder tot fack 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 drücke j drücke j drücke j helga hat in der hansin ist gestorchen ich muss mich erst mal um diesen riesen ding kümmern ja wie wie hm das mal gucken was soll dann um b b muss ich die Fesseln vielleicht abschießen das war vielleicht nicht so schul Kitzel stehen da mit nur was boah fallen die anderen haha alter frisst das du Misty was sind das jetzt hey dieses zahnrad riecht mich einfach alter er haut aber auch genau auf mich hey 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 was war das jetzt hier bitte ja alter er haut schon wieder auf mich Ich glaube, ich muss auch noch die Finger mehr abschieben. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Muss ich irgendwas über ihn abschießen, dass was auf ihn drauffällt? Alter, leck mich da im Arsch. Ui! So, jetzt nehme ich mal hier unten das noch. Batsch, da. Ja, mach den mal platt da. Jetzt guck mir schön an. Schönen Mund aufmachen. Mach den Mund auf. Alter, er gibt mir einen Keller und ich bin gleich deaf. Nein, aber noch daneben geschossen, Alter. Ich spinne. Was macht denn der? Fick dich, fick dich, fick dich. Alter, das gibt's doch gar nicht. Fick dich, du Hoden. Schlipper, Alter. Jetzt lädt der wieder nach. Ach, ich werde blöder. Leben sieht noch gut aus. Leben regenerieren sich selber. Ich brauche erst mal Munitionen, A, M, G, M, G, M, G, Kalashnikov, äh, Sturmgewehr, äh, G, irgendwas. AK-40 oder 44 oder was sein soll. Alter, ich muss doch irgendwas machen. Schnauze. 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 Alter. Was geht denn, der Pesseln kann ich nicht, der wird's auch nicht rot. Alter, also geht's nur in den Schnauze, Alter, für den Beschützer, aber. Toll tot. Alter, Granaten zu werfen ist lautlos. Bis sie explizieren, ja klar, das weiß ich selber. Alter, was muss ich machen? In die Eier schießen oder was? Ne, im Mund rein. Na, pass auf, ich geh jetzt mal ganz nah ran, mal sehen, was da passiert, so. Da sind ja Dinger drin. So, mach die Mund auf, mach jetzt die Kübel auf, Alter. Was schreist du denn so rum, Alter? Alter, kannst du nicht mehr Zähne putzen, fick dich. Der war auch verletet drunter. Das hat genau ges- Alter, müsst ihr jetzt hierher kommen. Oh, schottieren. Ja, ich auch. Also, der macht das ja alles für mich jetzt. Oh, komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Oh, der hat gesessen, der hat gesessen. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Letzter muss ja vorbei Das könnte man schaffen, könnte man schaffen, könnte man schaffen Könntet der mal die Waffel nachladen? Na komm, guck mich an, Baby Guck mich an, Baby Hier vorne bin ich Mach die Schnute auf Und wieder weg, 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 weg Platz da, ich muss jetzt Ach, du Wichser Halt sie da Na, 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 na Wir wollen es immer nicht überall Hey, 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 hey Guck mich an Ah, scheiße Geht noch gut aus Halt, was haben wir hier? Brauchen wir alles nicht, brauchen wir alles nicht Brauchen wir alles nicht Komm, komm, komm Zeig mir deine Schnute, Baby Geh oben Alter, da unten ist der Kana Hier bin ich Was ist das denn? Uh, jetzt kommst du aber ziemlich schnell, Baby Na komm, komm, komm Ich steck mir da mal deine Schnute hin Oh, ist der Scheiße Ja, genau so wie ich mach das München schön auf Auf Alter, lass mich durch Da lädt die Knochen dreimal nach, hat sie immer noch nicht nachgeladen Oh, was war das denn immer Ich geh wieder runter, ich geh wieder runter, ich geh wieder runter Meinst du, so macht man den in Arsch Komm schon da Und nochmal Alter, Plätze, ich komme Lasst mich durch Ihr Wichser Ich will runter Danke Komm, macht die da oben kaputt, oder? Ja Ach, daneben aber noch Oh, Alter, ich kriege eins Komm, jetzt zeig mir deine Gusche, Alter Zeig mir deine Gusche, ja Oh, danke, das ist das Alter Cool, klein nochmal 3, easy Ich bräuchte Granaten Danke Scheiße Scheiße Was ist der Treppe? Ich stehe nicht, musst du bei mir Mensch, jetzt guck her, du Blödmann Alter Jetzt muss ich doch erstmal ein paar umlegen Alter Lass die bitte Alter Alter Da schießt er auf mich, wenn du Ich bin mir der Treppe Ich bin der Treppe Ich bin der Treppe Ich bin der Treppe das kann man noch schaffen also natürlich die Biescher sind da Alter wie viel Schocken also er hat ja unten schon wieder schön gemütet so schnell Raketenwerfer raus schon wieder in diesem Scheißfeuer komm hier guck mich an geh mir doch jetzt mal nicht auf die Eier danke du sollst mich nicht oh äh die Wunde was jetzt ah da muss ich jetzt noch Alter ja 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 Alter ich habe auch die Kontrolle verloren im Moment das war ja ein Ritt doppelter Rittberger Alter wuuh äh was muss ich jetzt hier machen und nun gibt es hier einen Ausgang Hallo habe ich jetzt wieder was nicht gesehen ja ihr lacht euch bestimmt schon wieder ins Häuschen erstmal gucken wo haben wir Waffen 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 nein hier gibt es keinen Ausgang Waffen 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 W Da ist er. Kommen Sie. Helfen Sie mir, Sie fauler Hund. Wie geht's dem Kopf, Flesco? Gut. Sie haben ihre Leiche gefunden. Wesley haben Sie auch, Fergus. Scheiße, verfluchter. Komm, junge Dame. Wir müssen dich hier wegbringen. Hey, hören Sie zu, Flesco. Wir können nicht ändern, was passiert ist. Sie haben ganze Arbeit geleistet und die Akte gefunden. Jetzt wissen wir, wo Totenkopf's Basis liegt. Ja, wir wissen es. Können Sie das glauben? Hm, okay. Ich hab diesen Traum. Etwas Wichtiges. Aber es ist weg, wenn ich aufwache. Es war nicht die Zeit für Träume. Ach, verflucht. Hab vergessen, aufs Klo zu gehen. Warum haben Sie mich nicht daran erinnert? Sehe ich aus wie Ihr Babysitter, Fergus? Ach, scheiß Traum. Fast da. Sie haben's diesem Scheißmonster richtig gegeben, BJ. Na, alter, auf jeden. Aber das Größte ist noch da draußen. Das ist vielleicht unsere letzte Chance, das Regime zu stürzen. Wir müssen sie nutzen, verdammt. Die verfluchte Welt zählt auf uns, oder nicht? Aber kein Druck, bis auf meine verfluchte Blase. Das Monster stirbt nie, wie oft man es auch tötet. Es wechselt nur seine Haut, verändert seine Gestalt. Ich fühle, wie das Gewicht der Welt auf mir lastet. Aber ich stimme mich dagegen. Mein letztes Mal. Dann ist Schluss. So, ich glaube, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für die ganzen Folgen. Wolfenstein, Doldblatt, mit mir, dem Wob, bei Playroom. Haut rein und tschüss. I took my gun and I vanished.